Ja, mein Freund, herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Kanal. Dort drücken wir eine Runde BW mit der When in Texture Pack Challenge und mit dabei ist Music Make. Hiiii. Ja, ihr müsst wissen, erst mal so 30 Minuten um Vorbereitung. Ja, das war ja, wenn ich Texture Packs downloaden muss. Kann ich auch nichts dafür. Doch. Kann man nicht. Einfach keine Texture Packs in der Challenge downloaden. Ist echt so, wenn Texture Packs change, ohne Texture Packs, oder? Ja, aber immer Default Pack. Hab den ein. Und verdient ich das, was es ist. Nach jedem endgültigen Kill, was darf ich hier? Das Texture Pack wechseln. Ja, aber was ist, wenn du zwei Kills hintereinander machst? Dann zählt er als Einer. Das wäre auch unnötig. Weil... Ich dumm bin. Vollbet. Untergefallen. Schön, ich habe einen Kill gemacht. So, jetzt mit dem nächsten Pack. Oh, das Pack sieht nice aus. Das Pack sieht echt lit aus. Das Bronx ist doch ziemlich kacke. Aber es sieht nice aus. Mega. Ach man, weil diese Blöcke sind... Tick, 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 tick. Der Dapper Sound ist am Start, wo ich... Junge, stell dich doch hier die ganze Zeit in mich rein! Junge! Wie soll ich so bauen? 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 Ich bin runtergefallen. Wow, du fällst einfach so runter. Das ist so karma. Ja, sorry, ich bin null eingespielt. Der Stick ist ja mega lit findet. Das Animat. Dump einfach. Nein! Ich habe beide down, aber er hat mir noch nicht gegeben. Genauso ging es mir auch einen down und der gibt mir noch einen Lasted. Das Pack ist schön. Lass mich bitte einen killen. Einer lebt sowieso noch. Der andere ist runtergefallen. So. Ich habe ihn down. Ja. So, DG, erste Runde haben wir schon mal einen Win. Jo, da haben sie recht. So, dann sind wir schon in der zweiten Runde. Ich habe schon das dritte Pack am Start. Nein. Kommen wir sogar ziemlich gute Packs, muss ich sagen. Mal sehen, welche Packs ich davon auch behalte. Ich bald eh alle Packs und packe dem einen TP-Ordner bei mir. Mein TP-Ordner hat schon über 100 Packs, aber... Ich finde die Indie wieder, aber... Kopf hoch. So, Freunde. Ich habe ihn mal ganz gut gekippt. Ich würde jetzt sagen wir mal First Rush. Ist in jedem Fall unser erster Push-Up-Gegner. Ja, 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 ja. Ich muss nicht lügen. Ist echt zu, ich muss nicht lügen. Mein Messer mich ist blieb. Haha, Spaß. Ja, ja. Er ist einfach für schlecht, Leute. Ach, wieso bin ich denn so schnell down? So, weiß ich nicht. Jetzt ist das nächste Pack am Start. Hab einen. Der eine hat mit den E-Bills komischen Hits reingedrückt gehabt. Ja, hat mich down. So, jetzt mit dem Explosions-Pack. Oh, das sieht nice aus. Das sieht dann schon mal ganz blöd aus. Ja, das ist der Pack, der mir vor... Das ist der Typ, der jetzt kommt, der mir übelst komischen Hits reingedrückt hat. Und der kommt jetzt. Ja, ja, der hat mir auch schon grad probiert. Aber ich glaube, das ist... Legitim. Ah, endlich ein Pfad, kannst du den man bauen kann. Pipe. Bleib unten, bleib unten. Nee. Kann ich nicht. Warum hat der eigentlich unsere Rüstung an? Ab in. Boah, ich wollte mir grad das Equipment holen. Hab ich nachher mit Neuko. So, vor allem damit wir noch alle Packs doch noch reinbekommen, weil ich über 10 gedownloadet habe. Machen wir jetzt nur ein bisschen MMG-Wash. Dann mach ich eben nach jedem abgebaut ein Bett. Wenn du überhaupt dazu kommst, ein Bett abzubauen. Pack-Switch werden wir dann ja sehen, ne. Wirst du wahrscheinlich eh gewinnen, weil du mit deinem Standard-Pack spielst und ich mit dem... Random-Pack. Spiel grad nicht mit dem Standard-Pack von mir, ich hab auch ein Random-Pack vorhin gedownloadet. So. Na dann. Wieso lebst du noch? Weil ich's kann. Schreibt mal unter seinem Kommentar rein, seid ihr eigentlich die Leute, die auf den Servern, wo Badline-Client ist mit Badline spielen? Die komplett Vanilla spielen? Oder eher, äh, Labymod oder irgendeinen anderen Client nehmen, außer als Hack-Client zum Beispiel. Also ich kenne einen gespielten Hack-Client. Ich auch, das ist ein Freund von dir. Eine Minute, 37 Sekunden später. Melden. Es ist ein relativ kleines Fadenkreuz. Und ich hab's mir angewohnt, das richtig zu sagen. Das ist schön. Du stehst halt einfach nicht, ich aim' auf dich, aber du hast mir deutlich bessere Hits. Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen leiser bin, ich muss schwitzen gegen den Jungen hier. Ich krieg einfach absolut viel Knock-Back irgendwie gerade. Wär's nicht eigentlich ein OP-Client, wenn man einen Client hätte, wo man einmal Knocken, also einen Hit reindrücken müsste und die Person würde 20.000 Blöcke Knock-Back bekommen? Das geht ja nicht, du kannst ja nicht mit einem Hack-Client auf andere Spieler zugreifen. Wolltest du nicht pack'n Pack oder noch nicht? Äh. So, da ist in dem Fall schon das nächste Pack, das ist anscheinend ein Green Pack. Ich find' der Stick ist heiß, weil mir fällt... Ach, das ist so'n... Das ist so'n... Leil... Er ist einfach so'n Smiley, ähm... In dem... An-Aimungs-Teil, ne? Ja. Ja. Genau. Ich weiß selber nicht, was ich meine. Dieses Teil, wenn man ein Item an der Hand hat. Was dann über... Der Hotbar ist. Da ist so'n Smiley drin. Ich war schon verwirrt, wie soll so'n komische Zeichen drin? Die Blöcke sind... Ja, die Blöcke sind okay, das Fadenkreuz ist auch okay. Auch wenn's... Genauso wie das andere Fadenkreuz nicht gerade mein Lieblings-Fadenkreuz ist, aber es ist schon mal besser als das andere, muss ich sagen. Ja, komm... Ich seh immer einfach absolut daneben. Wie? Ich aime immer auf dich und titte dich bei mir zuerst. Nein! Du bist so dumm. Ich hab halt gar keine Chance gegen dich. Warum suchst du dich hier mich als Gegner aus? Weil ich gerade bei Consti war und ihn gefragt habe. Aber der Junge muss gerade FCW spielen hat er mir gesagt. GG. Der Red Sound war nice. GG gleich. Nein, ich brauch noch'n Gegner. Doch. Hat Knockpick vor 22. Junge, das ergibt keinen Sinn. Selbst bei Battle oder sowas. Ich aime auf dich, schlag dich, wenn du mich schon schlagen kannst. Genauso wie, wenn du mich schlagen kannst. Aber mein Hit connectet einfach nicht auf dich. Okay. Wobei ich dann mal connectet, dann immer nur, dass ich bis vor dein Bett komme auch. Und dann kommt dann wieder sowas. Das Pack ist zum Beispiel wieder so'n Pack, was mir ganz gut gefällt. Auch wenn ich ein bisschen, wenn ich den Stick vielleicht ein bisschen übertrieben finde. Oh man, das war jetzt ein bisschen schnell. Ich war noch mal eine zweite Runde, das ging mir ein bisschen zu schnell. Heim mal auf. Oooo. Tschüss, Bruder. Seit wann kannst du das? Seit wann kannst du das? Das Pack ist einfach fast default. Ja, super. Aber die Blöcke sind wenigstens, bearbeitet wenigstens etwas. Und das Fadenkreuz ist mega nice. Kapper. Also ich glaube, irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt, dass es nur einen Fadenkreuz gibt, mit dem ich aimen kann. Und das Pack sieht nice aus. Das könnte sich in dem Fall gehen. Okay, die Blöcke sind's. Bisschen zu viel Blur drauf, muss ich sagen. Aber sonst passt das. Das Bett sieht auch nicht schlecht aus. Und ich verkack' natürlich durch den Block-Safe. Aber ich möchte eh ein bisschen länger gegen dich spielen. Sonst sieht man ja nichts am Pack. Die Picke ist vielleicht ein bisschen dünn. Ein bisschen magersüchtig. Ich verstehe es nicht. Nein. Ich habe daneben geämmt. Aber das Fadenkreuz gefällt mir aber irgendwie so. Das ist irgendwie... Sowas, mit dem ich aimen kann. Finde ich. Das war hart. Besonders. Das ergibt keinen Sinn. Bro. Ey. Soll ich den Client ausmachen? Spaß. Wieso bist du offline? So, das ist jetzt in dem Fall das letzte Pack. Das ist absolut unbearbeitet irgendwie. Aber ich komme... Klar. Okay, nein. Ich komme nicht mit dem Pack. Klasse. Das ist ja absolut scheiße. Jo. Da haben sie recht. Nein! Ja! 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 Ich habe wegen Bettler kein Auto, Texas Leerschraub. Man sieht sich im nächsten Leben. Nein! Warte. Dein Bann. Man sieht sich in 6 Sekunden. Du warst von dem Server. Okay. Warte mal. Egal. Ich lasse es einfach drinnen. Einfach nur so. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst es dir von nicht den Bergen abzugeben. Lass ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut bei der Musikbeck vorbei. Ich hoffe, er beruhigt sich wieder. Bis zum nächsten Mal und... Und... Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.